Als Papa fragte, ob wir auf eine Reise gehen wollen, jubelten mein Team und ich, du hättest all diese fantastischen Sachen sehen sollen. Hyperlaser, Sci-Fi-Tech-Gadgets und die Cyborgs. Papa sagte, das ist alles für unsere Gesundheit. Es fühlte sich wirklich so an, als wenn wir Tell dieser Welt. Wie bei all unseren Reisen gaben wir auf uns acht und hatten eine super duper genial, wunderbar spaßige Zeit. Tragen Sie Ihre Termine für einen sicheren Urlaub ein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017